Die Reiche sind in ständigem Fluss. Shao Kans Niederlage hätte uns die Rettung vor der drohenden Verschmelzung des Earthrealms mit der Outworld bringen sollen. Stattdessen begann ein neuer Kampf um die Unabhängigkeit. Shinnok wird wenig erfreut sein, dass du Earthrealm nicht erobert hast. Hüte deine Zunge, Hexenmeister! Raiden! Deine Invasion ins Earthrealm verstieß gegen die Regeln des Mortal Kombat Shao Kahn. Deine takatanische Horde wurde von den Kriegern des Lichts geschlagen. Selbst deine Verbündeten laufen dir davon. Quan Chi, Verräter! Masked up, ihr Gitarre! Earthrealm wird sich der Dunkelheit nie ergeben, Quan Chi. Jetzt sollen die ältesten Götter über dich richten. ных Grat необход zur Nähe bautet, nicht wahr? Geh! Verräter! Verräter! Gut pariert, Liu Kang. Gut warst eigentlich du. Ich habe nur deine eigene Kraft auf dich zurückgelenkt. Und ich habe dein Chi gespürt. Ich wusste, du bist da. Ich sollte die Fähigkeiten des Weißen Lotus nicht unterschätzen. Ich bin überrascht, dich so bald nach Shaokans Niederlage zu sehen. Ich bin gekommen, weil ich einem beunruhigenden Rätsel auf der Spur bin. Viele unserer Leute sind verschwunden. Einfach so. Spurlos. Wenn wir weiter solche Verluste erleiden, gewinnen wir Edenia nie zurück. Auch viele vom Weißen Lotus sind verschwunden. Bei den Göttern. Was glaubst du, wer steckt dahinter? Shaokan ist geschlagen. Von Quan Chi heißt es, die ältesten Götter hielten ihn gefangen. Bleiben nur zwei Fraktionen, die kühn genug wären, ihren Platz einzunehmen. Die Lin Kuei und der Schwarze Drache. Genau. Wir müssen herausfinden, ob sie dahinter stecken. Sie sind aus deinem Reich. Also brauche ich deine Hilfe. Du wirst mehr brauchen als nur meine Hilfe. Wende dich an Sonya Blade. Sie weiß mehr über den Schwarzen Drachen als ich. Ich kümmere mich um Sub-Zero. Schnee. Um diese Jahreszeit? Wenn mich mein Gefühl nicht trügt? Kitana, hast du mit Sonya Blade gesprochen? Ja. Anscheinend verfolgen sie Kano schon seit einer Woche. Hm. Das überrascht mich nicht. Sie meldet sich später bei dir. Ich muss zurück in die Outworld. Hast du Sub-Zero gefunden? Noch nicht. Aber ich fühle, ich bin... Gnade. Mehr als du denkst! Round One. Fight! Round Two. 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 Fight! Ist das also die Art der sogenannten Krieger des Lichts? Ihre Feinde zu vernichten? Ihr wartest, der mich angegriffen hat, Ninja. Viele unserer Krieger sind verschwunden. Und jetzt weiß ich, wer sie auf dem Gewissen hat. Ich habe keinen Lin Kray getötet. Ich habe eure Gespräche belauscht. Du und deine Spezialeinheit, Hunde. Ihr wart dabei! herauszufinden, warum auch von unseren Kameraden so viele verschwinden. Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Feind Sub-Zero. Die Frage ist, helft ihr uns der Sache auf den Grund zu gehen? Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Weil ich gerade dabei bin, euch das Leben zu retten. Was? Skorpion. Geht! Schnell! Wir sehen uns später wieder. Du hast Sub-Zero entkommen lassen! Jetzt sollst du meinen Zaun spüren! Geht! Get over here! Your cattle wins. Round two, fight! The cattle wins. The cattle wins. Was ist passiert? Ich fühle mich seltsam. Ich kenne diesen Trick. Mich kannst du nicht täuschen, Cheng Chun. Ich kenne diesen Trick. Oh, 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 oh. You get it! Round two, fight! Lukaan Lukaan Wins! Sonderbar wäre das Cheng Tsung, hätte er sich wieder zurück verwandelt. Seine Aura fühlt sich seltsam an. Fremd. Ich muss ihn zu den Lehrmeistern bringen. Sie werden sich auf sein Qi einstimmen und herausfinden, woher er kommt. Meister! Meister! Wo sind sie? Warum antworten sie nicht? Weil sie nicht mehr am Leben sind. Cheng Tsung! Und du bald auch nicht mehr. Round One, Flight! Raid! Du bald auch nicht mehr. Schau. Geil des Speies! Ich hätte sie, dass ihr euch seid. Ich werde sie, wenn ihr euch in die Zeit verheiratet. Ich werde sie, wenn ihr euch so auch einfach sind. Ich werde sie, wenn ihr euch nicht selbst macht. Round two, fight! Die ältesten Götter sollen dich ins Netherrealm verbannen für deinen Verrat, Hexenmeister! Liu Kang hier. Hier ist Sonja. Hast du Kano gefunden? Ich hatte ihn fast, aber dann verschwand er. Aber ich war nah genug, um ihn zu markieren. Ich versuche, ein Portal dahin zu öffnen, wo er jetzt ist, aber ich kann es nicht stabilisieren. Wie kommst du mit Sub-Zero voran? Die Lin Kuei haben nichts damit zu tun. Auch sie verlieren Leute. Ich glaube, es gibt eine neue Bedrohung. Ich habe mit einem Krieger gekämpft. Der sah aus wie ein roter Teufel mit einem Blitz auf der Brust. Zuerst dachte ich, es sei Cheng Tsung, der sein Aussehen verändert hat. Aber diese Möglichkeit habe ich ausgeschlossen. Das ist ein völlig anderer Krieger. Ich spüre deutlich eine Anomalität in seinem Chi. Sein Chi? Die Energie, die alles im Universum durchströmt. Seine Aura ist anders als alles, was ich kenne. Ich will versuchen, mich darauf einzustimmen. Dich einstimmen auf seine? Mach kein Quatsch, Liu Kang. Keine Sorge. Du bist vielleicht der Champion des Mortal Kombat, aber du bist nicht unsterblich. Keine Sorge an Kiori. Liu Kang. Liu Kang, antworte. Liu Kang. Das stimmt doch irgendwas nicht. Kitana, hier ist Sonya Blade. Bitte komm. Kitana hier. Mit Liu Kang ist irgendetwas passiert. Er braucht vielleicht Hilfe. Meine Portale sind instabil. Ich darf nicht riskieren, dass ich irgendwo in nichts lande. Kannst du zu ihm? Leider nein. Eine Krise in der Outworld nimmt meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Keine Zeit für Erklärungen. Verstehe. Dann muss ich selber hin. Ich komme nach, so weit ich kann. Sonya Ende. Wenn das Portal stabil wäre, könnte ich schnell bei Liu Kang sein. Aber die Schwankungen sind zu groß. Ich darf nicht riskieren, am falschen Ort zu landen. Oder schlimmer, etwas hierher zu bringen. Bisschen spät sich darüber, Gedanken zu machen. Wer zum Teufel... Catwoman mein Name. Und ich muss wirklich dringend zurück nach Gotham City. Wenn du also vielleicht bitte... Sicherheitsverletzung im Portalraum. Sofortige Abriegelung initiieren. Du wirst schön hierbleiben. Heute nicht, Schätzchen. Ich habe Kopfschmerzen. Also gut. Dann muss die Katze Krallen zeigen. Round one. Fight. Round two. Flight. SOMYA WINS! Die Sicherheit kümmert sich um dich. Ich muss zu Liu Kang. Kein Zeichen von Liu Kang. Oder von sonst jemandem. Ich habe kein gutes Gefühl. Sonja hier. Sonja, ich bin's. Jax. Wer ist denn diese Frau? Sie nennt sich Catwoman. Ich werde sie später verhören. Im Moment gibt es andere Prioritäten. Es ist etwas geschehen. Was ist los? Ich brauche Hilfe bei der Suche nach Liu Kang. Folge meinem Signal und komm, sobald du... Baraka! Sonja! Sieh zu, dass du dich beeilst. Sonja, Ende. Jax wird dir diesmal nicht helfen. Round 1. Fight! Ja! Ja! Jax wird es in denohnen. Sk ikne ja. Sp windowsan ужас. Jax wird unspaint. Sohnja Ich weiß nicht, was Baraka im Earthrealm treibt, aber es ist verdächtig. Wenn eine neue Invasion bevorsteht, sollte Raiden es wissen. Raiden? Wo seid ihr? Möglich, dass es eine weitere Invasion Earthrealms gibt. Chao Kahn kehrt vielleicht zurück. Raiden, hört ihr mich? Raiden! Rot, mit einem Blitz auf der Brust. Das muss der Krieger sein, mit dem Liu Kang gekämpft hat. Wer bist du? Ich bin Captain Marvel. Captain? Warum bist du hier? Verwirrt. Verstehe nicht. Die Wut. Die Wut. Round 1. Fight. Battle. Was? Spiel ist das. Ich bin wirklich. Die Wut. Sind Sie? Ich bin wirklich. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin stark. Sohya Wins Round 2 Fight Wins Kriege ich vielleicht jetzt ein paar Antworten? Captain, was ist passiert? Mein Ring funktioniert nicht richtig, aber ich bin gekommen, so schnell es ging. Green Lantern? Vorsicht! Die Wut! Die Wut? Ich schätze, er meint dich. Was hast du mit ihm gemacht? Dasselbe, was ich gleich mit dir mache. Round One. Fight! Sonya Wins! Round Two. Fight! Sonya Wins! Sonya Wins! Sonya Wins! Danke für deine Hilfe. Wer immer sie ist, sie wollte mich erledigen. Du siehst schlimm aus, aber was da passiert, geht uns alle an. Ich bring dich zur Raumstation. Batman und Wonder Woman sollen dich mal ansehen. Sonya, was ist passiert? Was machst du in Raidens Tempel? Als der Kontakt zu dir abbrach, wollte ich... Lass mich! Hey, was ist denn los? Kano? 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 Hab ich dich endlich gefunden? Aber was redest du denn da? Diesmal entkommst du mir nicht. Fight! 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 8